Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Videoaufbahnkanal, Leute, Leute, heute gucken wir uns ein satisfying Video an. Oddly satisfying Video, mean to relax your mind and to sleep with me, Mr. Science of Smoothness. Okay, ich würde sagen, wir starten rein, ich habe so ein Video noch nie angeguckt, nur mal bei A Wipe oder so als Reaction gesehen, deswegen würde ich sagen, gehen wir rein. Oha. Okay, ein Pferd. Okay, er knattet ja alle Dings durch, Digga. Boah, Eis. Bro, das ist aber nicht seltsam, das fängt ja nicht an Angst. Okay, doch, irgendwie schon. Oha, da macht er so die Fugen, mäßig. Okay. So wird Make-up rein platziert? Nein. Oha, okay, das ist satisfying. Okay, das auch. Da macht wie die Straße vorher aussah, what the fuck. Boah, Freunde. Boah. Boah, Freunde. Boah. Boah. Das kenn ich. Oha. So Holzkleber. Das ist jetzt nicht satisfying. Schade. Oh. Oh. Das sind noch keine Nudeln, oder? Nee, Suppe. No way Was Wie clean Er macht seinen Roller sauber Okay das ging mir zu schnell Digga Ist das nicht Herr der Ringe Boah Was Krasser Tisch Blauer Mais Doch nicht Boah Was ist das Kamael Oh Eine Kette Wie cool manche Sachen gemacht werden Oh eine Badewanne Doch keine Badewanne Eine Tonne Boah Da will ich hin So weit so eine Ausleg Gibt es doch nicht in echt oder Ja Moin hat sich erstmal halb selbst angemalt Ich will auch Was ist das denn Reis Nee Keine Ahnung Das war auch seitens fein Boah Ach das ist ein Malding glaube ich Uh Uh Smooth 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 Screw Okay das fand ich jetzt nicht so satisfying Aber war smooth halt Boah krass das fährt ey Krass Lol Da will ich so ein Zeichen machen Geil Geil Lol Ansonsten sind die mal voll schwer die Steine Perfekt Lol Ich glaube damit erntet man so Sachen Ne oder Boah die Fugen Ne Oh Mach rein Hauptsache mir schreibt jemand nebenbei Whatsapp Boah jetzt wird's grün Yo Das ist cool Das ist cool Oh ja Digga Ja Wie cool das ausschaut What the fuck Und die Musik Ich bin voll müde geworden Digga Was macht er da Der haut da rein Warum Warum macht er das kaputt Aber er schaut cool aus Er schaut so cool aus Er schaut verdammt cool aus Ich würde jetzt aussehen wie es war Ist das schon echt Was ist das denn groß Schade sieht man nicht Boah Boah Was Ach man ich will auch so was Was Wie geil Du hast es halt schon mal gemacht In der Schule Früher Hey wie macht er das Das ergibt gar kein Muster Wie Krass Aber mit einer Nagelpistole Digga Ja man Weiß nicht was das ist Was ein Was ein Stein Wow Das ist eine Aloe vera pflanze Ihhh Oh wieder Gamayl Leute So ein lang gezupft Sind das Kuchen Krass Uh 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 Als ob Junge sie killed Komplett full Booth Bang 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 Loll Kuchen Das so wird Betonboden gemacht Krass Keine Ahnung was das ist Es schaut cool aus Ah Magnetlampe Die sind auch cool Die kenne ich Boah Krass 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 Würde ich mir niemals trauen Digga Ah Komplett vertrauen haben In eine andere Person Macht sie jetzt einen Lolli Ne Doch Ne Doch Hopp Oh dieser Sand Ich will den auch haben Leute Der Sand ist insane Ne Oh wie sie das auffüllt Oder eher Lol What Okay krass Also es funktioniert Nein Krass Auch krass gezeichnet Auch übelst cool Smooth Boah ich sitze mittlerweile wie so ein Honk Alter Ich bin so entspannt What the fuck Einfach Jum Jum Nudeln Ne Sind das Nudeln Ja Ne Sind das Nudeln Digga Boah Chile Ne Luftballon Was macht er daraus Ein Luftballon Tatsache Oh das ist Glas Leute So Glasbläserei Gibt es ja auch Da macht ein Delfin Nein Boah Wie cool Ich will auch Ja Das ist ein Delfin Hätte er auch kaputt gemacht Arsch Okay Boah ist einfach Metall Ne Das war richtig unsatisfying Mit dem Pinguin Äh mit dem Delfin Schade Okay Freunde Ich würde sagen Wenn es dir gefallen hat Lasst gerne ein Like da Gerne ein Abo dalassen Leute Wir sind später live Oder auch nicht Wenn nicht Dann morgen neues Video Haut rein Peace Peace Peace